Wir sind gerade dabei die Boxen zu packen und die CDs zu verschicken und wollen diese Möglichkeit gleich mal nutzen euch unser Album vorzustellen Rückseite die Vorderseite wir haben uns für ein DigiSleeve entschieden Thomas mach mal auf wir erklären das jetzt mal ein schönes Bildchen hier ist das Booklet eingeklebt da könnt ihr die Texte die Songtexte nachlesen und Gedanken freien Lauf lassen hier ist die CD drin in diesem Sleeve so sieht die CD aus zwölf Songs sind dergleichen geworden mal schnell mal langsam mal freudig mal mal trauriger ruhiger besinnlicher ein irrwitziger Irrlauf ist es geworden eine Entdeckungsreise eine Orchologische in einer Demenz behafteten Welt und mit allen Höhen und Tiefen die es dort gibt alles Ungesagte alles Verdrängte alles Unterbewusste wir sind ganz ganz doll stolz auf gerade dass es so vielschichtig geworden ist heute mal rein würde uns ganz ganz doll freuen 18.03 ab da ist dieses gute Stück zu erwerben oder jetzt schon per Pre-Order in unserem Shop sannejunge.com in unserem Shop gibt es das Ding als CD ihr bekommt es aber auch bei iTunes bei Amazon und so weiter es wird eine Vinyl geben ebenfalls in unserem Shop sind Tickets für die Tour wo wir das Ding vorstellen ab 1. April einmal quer durch Deutschland Niederlande Belgien wir hoffen sehr euch alle dort auf den Konzerten zu sehen wir freuen uns euch die Songs vorstellen zu können kommt zu jedem Auftritt das ist die Reise auf jeden Fall wert wir versuchen euch durch diese eben vorher genannte Welt hindurch zu begleiten das könnte ein tolles Erlebnis werden wir haben einiges für euch mitgebracht ähm pünktlich zu Tour ist dann Konzi auch wieder da den hab bestimmt gerade so sehr vermisst wie wir schöne Grüße nach Thailand kommen wir uns wieder genau das war es erstmal von uns bis bald macht's gut Ciao Ehm Ciao Ehm Ciao Ehm Ciao Ehm Ciao Ehm Ciao Ehm